So, wir sind zurück bei FuckRy3 In einem erfolgreichen Shit! Mal schauen, ob wir es wieder versauern Mhm Warte Ich wechsle jetzt noch meinen Contour Ok, mach du das 300 Schuss kann ich beim Einträger Lustig Da kommt da wieder so ein Fettsack, glaub Ha Lade nach Achtung Leute Panzerfaust ausschalten Ein verrückter mit Molotows Du gehörst mir Da kommt Achtung Leute Vorsicht Da kommt einer mit nem Moly Wor tut der grabbed rober? In derrtfeit? Ist die Kanto oder Raku noch der Kopf? Der ist nur in einem. Also bald. Hatshot! Die Dreck-Sau hat ein Messer! Wirklich? Ein Messer? Wirklich? Er ist ein Albano, der dich aufschlitzen will. Aha. Schick-Pint erreicht. Aha. Interessant. Nein. 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 Verstanden? Was hast du gesagt? Hä? Was hast du gesagt? Kann ich das nicht mal sagen? Nein. Manu. Ich habe Freude. Ich mache das Bum Bum machen. Wenn der Rad durchläuft. Irgendwie kommt mir die Mission gekannt. Oder mindestens dieser Ort. Wo sprangst du auf der Fass? Ich messe dich. Nein. Manu, es kommt durch. Kommt. Kommt. Willste doch mal ein? Verdammt. Wo ist Munition? Ey. Wolltest du mich verarschen? Wo ist Munition? Da ist sie! Da ist sie! Multi-Abschluss Foto absolviert Was es gerade macht? Um mehr Wahr oder irgendein Scheißerpick Haha Was hinterher machst du mit eurer eigenen Waffe? Mann! Ich habe mir die Spritze in den Armin gekramt Ich bin unten Ja Achtung, oben ist ein Waffe Wir machen noch diese Mission und dann gibt es eine Pause Okay Okay Sonst passiert das wieder Sonst müssen wir die Mission einfach überspringen Überspringen Oh verdammt, jetzt bin ich auch fern bei dir nicht gekommen Jetzt habe ich gar keinen Ton mehr He Oh Mann! Ja Hatten ab! He Auf Dirk Das ist erst vorbei wenn der Pettel singt Ja Ich mache das nicht nochmal Achtung, Granate Das ist ja Ich bin da Ich bin da Und da Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich bin da Das ist ein Ghost Rider, oder? Wau! 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 Hört her! Wir müssen auf die Klippen da drüben. Ich sage, wir genutzen den Generator um den Kran zu drehen. Wern dann daran hoch und schüttern drüber. Kinderspiel. Interessant. Er hat ein Draftseil an dem Schiff befestigt. Wir müssen näher ran, um es zu nutzen. Manu, komm her! Der Kram dreht sich, aber bleib wachsam. Irgendwie langsam, dass ich das Teil trete. Ach so! Was ist denn da? Ah, das ist richtig, Ronny! Was ist denn da oben zufällig? Das ist meine Mutition. Ah, nein. Die haben jetzt alle einen Generator, Mann! Die Maschine braucht noch Zeit! Die Maschine braucht noch Zeit! Warte nach! Auf die Hurt und Hattel! Er hat einfach aus ihrer Hand gezogen, dass er wieder Laber hat. Ja, Frau. Du musst auf meine Seite kommen, Manu. Um ihn hier hoch zu lassen. Ich bin schon da oben. Ah, jetzt haben wir den Ball geschafft. Ich bin schon da oben. Achtung, mir ist der Schlagkund. Oh. Äh, Manu! Machen wir eine kleine Pause, bevor wir da übergehen können. Okay Bis nachher Tschüss Bis nachher